Musik 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 Wie lange mehr möglich? Ja, wie lange mehr möglicher Spiele sein. Musik 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 Später machen wir eine Bote dort. Später? Später? So. Hello everyone. With my tour guide local. Semilogue. Gib mir etwas zum Tragen, ich kann dir nicht zuschauen. Schon gut so. Ja, ja. So. Wenn ihr euch den Film oder den Karton Heidi gesehen habt, das ist der Ort, wo der Karton, oder der Film, nicht der Karton, sondern der Film. Es war in den Philippinen kartoniert. Das ist ein Film oder Film. Heidi ist eigentlich eine true-to-life-Storie. Das ist in Schwesterland 71 Jahre. Oder? Der Film ist bereits 71 Jahre alt. Ja, der Film. Aber die Geschichte ist etwa 150 Jahre alt. Aha. Sie machten ein Film aus dem, 71 Jahre alt. Aber die Geschichte, ich denke, hat das 100 Jahre alt passiert. Wie gesagt, mein Mann. nó ist ja noch mal wie gesagt. Das ist ein Film. Die ist im Gefängnis. Das ist der Ort. Er, das ist Heideland. Oder Heidis Ort. Heidis Dorf. Das ist der Wunschung. So, are you fighting guys, oder was? I think this is the house. Doch! It says there are seven minutes from there. So I think it's this one now. They make it as museum now, Papi. Glaub mich. So the house where they lived before. The house where you lived before they make it now a museum. Museum. So, it's a shot. The house where they lived before they lived before they lived before they lived before. This is the house where they lived before they lived before they lived before. Okay. So, we are going to visit now the house where hide the leaves, na ginawa na siyang museum. Stinks? Yeah, smells good. Odder? Smells really good. I think. Willkommen, willkommen, willkommen. Willkommen, willkommen, willkommen. Willkommen, 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 willkommen. Willkommen, 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 Nein, doch. So, jetzt sind wir hier dran. No drones allowed. Keine Drohne erlaubt. Dörfladen Ticketshop? Oh! Was für eine Shop? Ich hoffe, es ist kein Ding. Frankfurt. In Frankfurt. 25 Kilometer. Hier, schau. Ich merke, es ist alles geeignet. Es wird doch nicht schön hinterher sein. Dörfladen Ticketshop. Das ist Nummer 1. Komm, geh mal dort. Bitte. Oh nein. Ich habe kein Ding. Ich habe eben keine Wallet dabei. Jetzt habe ich gerade vorhin gefragt, ich muss eine Bankmote oder ich hänge. Aber mein Ding ist halt dort, im Auto. Okay, Karte. Ich habe keinen Bankmote. Hast du gesagt, du hast den? Ihr Ticket bitte. Eben. 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 Das ist hier. Hier fliegt ein Ticket. Das ist Nummer 1. Komm, geh mal dort! Oh, nein! Ja, 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 ja. Ich hakaideen, ich ha... Jetzt das vorne. Das ist schön. Entspannend ist ein Ticket. Ja, 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 ja. Vendank war alles in Ticket. In Ticket mit Ticket. WELF, mit dem Ticket. Alles in Ticket. WELF, mit dem Ticket. WELF, mit dem Ticket. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020